Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderanalyse von Werder Bremen. Die Werderaner spielen ja bis hier in eine wirklich richtig starke Saison als Aufsteiger. Steht man im sicheren Tabellmittelfeld, spielt sogar eher mit rund um Europa statt im Abstiegskampf und das ist wirklich richtig, richtig stark. Das liegt sicherlich unter anderem auch daran, dass man einen festen Kern der Aufstiegsmannschaft bald natt, den Kader sehr, sehr sinnvoll ergänzt hat und deswegen bis hierhin eine wirklich starke Saison spielt. Deswegen kann man schon durchaus ganz bewusst und ganz in Ruhe den Kader für die nächste Saison planen und da ist eben eine große Frage, wer verlässt Bremen nach der Saison ablösefrei? Denn auch an der Weser gibt es ein paar Spieler, deren Verträge am Ende auslaufen, die Bremen somit ablösefrei verlassen könnten und wir schauen mal darauf, wer das ist und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Bremen die Spieler behalten kann oder eben auch nicht. Und deswegen die große Frage, wer verlässt Bremen am Saisonende ablösefrei? Kurz vor diesem Video wurde die Vertragsverlängerung von Michael Zetterer bekannt gegeben. Der zweite Keeper bleibt an Bord, sonst wäre der natürlich auch noch mit hier reingerutscht und damit bleiben noch drei Spieler und wir legen los mit Anthony Jung. Der spielt ja seit Sommer 2021 für Bremen, ist ein solider linker Verteidiger, der mit seinen 31 Jahren schon viel erlebt hat und auch in dieser Saison ist er wieder eine wirkliche Konstante. Er hat in der Bundesliga alle 20 Spiele bestritten, dabei zwei Tore gemacht, zwei Tore vorbereitet und bringt ja vor allem auch im 3-5-2-System von Ole Werner eine defensive Stabilität mit auf diese linke Abwehrseite, wodurch man eben das auch sehr flexibel taktisch lösen kann, wodurch dann oftmals der rechte Verteidiger Mitchell Weiser ein bisschen offensiver nach vorne schiebt, Jung ein bisschen defensiver agiert. Das harmoniert ja bis hierhin wirklich richtig, richtig gut. Bei Anthony Jung war es ja so, dass es schon seit dem Herbst das Thema Vertragsverlängerung gab und es durchaus so war, dass es nie wirklich eine finale Einigung gab. Auch vor gut drei Wochen hat Clemens Fritz, der Profichefer, nochmal gesagt, dass man gerne mit Jung verlängern möchte, aber eine finale Einigung noch aussteht. Kurz vor meiner Videoaufnahme hat aber die Bild-Zeitung berichtet, dass nun wohl zwischen Werder und dem linken Verteidiger alles klar ist und Jung seinen auslaufenden Vertrag auch verlängern wird. Möglicherweise könnte das jetzt sogar schon offiziell sein, wenn ihr das Video seht, aber es sieht schon sehr, sehr stark danach aus, dass Jung an Bord bleibt. Denn nach Bildinformationen unterschreibt der Defensivakteur für ein weiteres Jahr an der Weser nur noch Detailfragen sind offen und danach soll eben dann auch die Einigung offiziell vermeldet werden. Vorausgegangen war ja ein Vertragspoker, wo es eigentlich für Anthony Jung auch sehr, sehr wichtig war, um zwei Jahre zu verlängern. Das hat aber eben jetzt noch nicht funktioniert. Er bleibt erst mal ein Jahr an Bord und das lag eben auch unter anderem daran, dass Bremen natürlich ganz genau weiß, was sie von Jung haben, aber sich eben auch auf dem Markt nach Alternativen umgeschaut haben. Maxi Mittelstädt von Hertha stand wohl im Fokus, war ja mal zwischendurch eben auch für den Sommer ablösefrei zu haben vor seiner Vertragsverlängerung. Auch bei Lea Paccarada von St. Pauli hat man wohl angefragt. Der hat dann bei Köln unterschrieben. Sprich, man hat keinen neuen Akteur für die linke Seite gefunden. Und auch deswegen sind die Bremer am Ende eben dann lieber bei Anthony Jung geblieben, der eben die solide, erfahrene Lösung für links hinten ist, der auch flexibel ist und auch mal als Innenverdeidiger spielen kann. Und deswegen sicherlich auch sinnvoll, hier den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Wie gesagt, Jung hat sich ein Zwei-Jahres-Vertrag gewünscht, gibt sich aber nur mit der kürzeren Laufzeit zufrieden. Und hier steht wohl eine Einigung jetzt auch kurz bevor. Denn wer das plant, sieht hier auf jeden Fall vor, dass Jungs Backup Lee Buchanan eben dann auch im Laufe der nächsten Saison zu einem geeigneten Nachfolger heranreift. Und bis dahin wird eben Jung auch weiter die linke Seite beackern. Hier ist eine Vertragsverlängerung kurz vor dem Abschluss. Eine sehr interessante Personalie für dieses Video ist sicherlich Jean-Manuel Mbom. Der ist ja gerade mal 22 Jahre jung. Deutscher U21-Nationalspieler. Und das sind ja eigentlich schon Faktoren, die ihn erstmal grundsätzlich zu einem sehr interessanten Spieler machen. Er stammt ja aus der Bremer Jugend. Ist natürlich auch noch ein flexibel, ein jetztbarer Mittelfeldspieler, der auf der rechten Abwehrseite spielen kann. Und da würde man natürlich von den reinen Faktoren sagen, eine Vertragsverlängerung müsste ja eigentlich nur eine Formsache sein. Du hast einen flexiblen Spieler, einen jungen Spieler mit Potenzial aus dem eigenen Nachwuchs. Was willst du mehr? Problem beim Bomben, und das zieht sich ja schon durch die vergangenen Jahre, ist aber einfach sein Verletzungspech. In der laufenden Saison hat er in der Bundesliga keine einzige Minute spielen können. Jetzt war er wohl wieder fit, hat aber erneut eine Muskelverwertung in der Wade und konnte deswegen auch vor dem Dortmund-Spiel nur individuell trainieren. Also es läuft einfach überhaupt nicht rund bei einem Bomben. Und da muss man sich natürlich dann auch als Verein meiner Meinung nach die Frage stellen, inwiefern es denn rein sportlich gesehen Sinn macht, diesen Vertrag zu verlängern. Noch einmal, das Profil von Bomben ist unglaublich interessant und davon bin ich auch weit nicht überzeugt. Aber natürlich hast du eben auch im Kader Spieler, wie zum Beispiel auch in Salifu oder auch aus der zweiten Mannschaft ein Berger, die möglicherweise jetzt auch im Laufe der Rückrunde Spielpraxis bekommen. Du hast mit Christian Groß nochmal den Vertrag verlängert, mit Ilja Grujew, ihr Mann, der sich richtig gut gemacht hat. Und dann eben einem Bomben, der auf seiner Position natürlich zum einen eben jetzt ordentliche Konkurrenz hat, sich auf der rechten Abwehrseite jetzt auch nicht zwingend am wohlsten fühlt und deswegen sich eher im Zentrum sieht. Und da natürlich dann die große Frage ist, inwiefern macht das denn Sinn für die Zukunft? Für einen Bomben ist nämlich meiner Meinung nach eine Sache in der kommenden Saison ganz, ganz wichtig. Und das ist Spielpraxis. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Bremen den Vertrag möglicherweise um zwei Jahre verlängern wird und dann zum Bomben sagt, wir verleihen dich direkt vielleicht in die zweite Liga oder ins Ausland, damit du einfach sehr, sehr viel spielen kannst. Weil ich glaube nicht, dass er sich bei Bremen in kürzester Zeit zu einem Stammspiel entwickelt, weil dafür ist, wie gesagt, die Konkurrenz zu groß. Er war einfach zu lange verletzt und deswegen ist womöglich diese Saison eh schon so ein bisschen gelaufen für ihn. Eine sehr spezielle Personalie, da bin ich auch mal sehr gespannt, was ihr Fans und erst recht natürlich auch ihr Bremer dazu sagt, wie man möglicherweise an der Weser mit ihm plant. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört, habe wenig zu der Personalie gefunden, was die Vertragsverlängerung angeht. Da ist es schon sehr, sehr ruhig geworden. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ich denke, würde ich spontan sagen, eher Abgang als Verbleib. Es ist aber auch eine sehr, sehr enge Sache, je nachdem eben wie der langfristige Plan aussieht und natürlich auch, wie sein Fitnesszustand aussieht, was man mit ihm dann noch die nächsten Jahre so vorhat. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Personalie in diesem Video. Denn bei Bremen laufen relativ wenig Verträge aus. Trotzdem wollte ich Werder mal gerne analysieren. Und deswegen haben wir natürlich auch noch Maximilian Philipp hier mit dabei. Denn logischerweise auslaufender Vertrag zählen auch die ausgeliehenen Spieler zu. Und das ist eben in diesem Fall Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg. Er ist ja im Winter vom VfL gekommen, kurz vor Transferschluss. Nochmal als weitere Alternative für die Offensive. Hat ja nur noch gegen Dortmund sein Debüt gegeben. Wurde für ein paar Minuten eingewechselt und bringt natürlich Ole Werner rein offensiv nochmal eine richtig gute Flexibilität und Qualität auch mit. Er selber stand ja eigentlich kurz am Wechsel zu Hertha, bedingt durch das Bobic-Aus, ist das aber dann gescheitert. Es gab die Anfrage von Bremen. Er hat sich mit dem Angebot beschäftigt, sich wohlgefühlt und deswegen die ganze Sache auch gemacht. Für mich eine Win-Win-Win-Situation für die Rückrunde, für alle drei Parteien. Aber natürlich ist auch klar, Philipp ist eben erstmal nur bis zum Sommer ausgeliehen und über eine Kaufoption hat man nichts gehört. Und ich kann mir auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass es keine gibt. Bedingt einfach dadurch, dass ja Philipp bei Wolfsburg ein hohes Gehalt beziehen wird, was er so in der Form auf jeden Fall nicht bei Werder bekommen wird, sollte es eben dann zu einer Festverpflichtung kommen. Generell ist aber natürlich auch Maximilian Philipp ein Spieler, für den es jetzt unglaublich wichtig ist, Spielpraxis zu kriegen. Sein VfL Wolfsburg-Abenteuer war abenteuerlich, weil es einfach nicht funktioniert hat. Er hatte ja seine stärkste Zeit bei Freiburg, ist danach zum BVB gewechselt, dann nach Russland gegangen, zu Moskau und eben dann im Sommer 2020 nach einem Jahr schon zurückgekehrt. Aber eben dann in den zweieinhalb Jahren bei Wolfsburg erst recht in seiner Entwicklung stagniert. Deswegen muss er spielen, deswegen war es für mich auch vollkommen richtig, von ihm zu Werder Bremen zu wechseln, weil er eben dort mit seinen offensiven Fähigkeiten dem Team direkt weiterhelfen kann. Entweder als zweite Spitze oder mal als offensive Achter-10er. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Mal gucken, wie es da dann im Sommer weitergehen wird. Ich würde auf jeden Fall hier sagen, dass Stand jetzt erstmal ein Abgang das wahrscheinlichste Szenario ist, aber ich auch überhaupt nicht ausschließen würde, dass man dann im Laufe des Sommers nochmal einen neuen Deal aushandelt. An einen fixen Kauf denke ich hier einfach noch nicht, weil dafür einfach Philips Gehalt zu hoch ist. Aber weil ja sein Vertrag in Wolfsburg noch bis 2025 läuft, könnte man ja sogar die Laie um ein weiteres Jahr verlängern. Und das ist meiner Meinung nach ein Szenario, was nochmal ein Ticken realistischer ist. Und nun kommen wir nochmal zur Übersicht. Verbleibt ja oder nein, wer bleibt bei Bremen, wer geht im Sommer? Wir haben drei Spieler. Bei einem sieht es sehr, sehr gut aus. Anthony Jung wird laut der Bild-Zeitung seinen Vertrag verlängern. Wie angerissen könnte es auch sein, wenn ihr das Video seht, dass das ganze Ding auch schon offiziell ist. Ansonsten haben wir mit Jean-Manuel Bomm und Maximilian Philipp noch zwei weitere Personalien, wo meiner Meinung nach alles passieren kann. Bei einem Bomm hängt es einfach davon ab, wie Werder selber mit ihm plant. Für mich, wie gesagt, das Szenario, was vielleicht am meisten Sinn ergeben könnte, wäre eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre mit einer direkten Ausleihe in eine etwas schwächere Liga, damit ein Bomm in der nächsten Saison einfach viel Spielpraxis sammelt. Bei Maximilian Philipp kann ich mir auch einen längerfristigen Verbleib vorstellen. Das hängt aber sicherlich auch davon ab, wie es vielleicht auch im Sommer mit Niklas Füllkrug weitergeht. Ob man dann vielleicht rein finanziell nochmal ein bisschen mehr machen kann, wodurch man ihn vielleicht auch fest verpflichten kann. Eine weitere Laie um ein weiteres Jahr ist natürlich auch gut möglich. Aber hier hängt es natürlich auch davon ab, wie Philipp sich in der Rückrunde entwickelt. Kommt da ohnehin nicht auf viel Spielzeit, da wird man das Kapitel im Sommer wieder beenden. Spielt eine ganz gute Rolle, kann ich mir eine Live-Verlängerung ganz gut vorstellen. Stand jetzt, eben auch aufgrund der vertraglichen Situation, glaube ich, wird er erstmal zum VfL Wolfsburg am 1.7. zurückkehren. Aber auch eine erneute Rückkehr dann zu Werder Bremen würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Und somit war das mal meine kurze, knappe Kaderanalyse zu Werder Bremen. Wie gesagt, es gibt andere Mannschaften, wo deutlich mehr Verträge auslaufen, auf die wir natürlich auch hier in dem Format nochmal gucken. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne weitere vorschlagen. Aber ich finde Werder Bremen für solche Analysen immer wieder interessant, weil es eben auch dort viele von euch gibt, die sehr interessiert an Werder sind. Deswegen könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr? Wer bleibt? Wer geht? Mit wem würdet ihr verlängern? Mit wem nicht? Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.